Die EU und der Euro stecken in der Krise. Die Regierungen aller Euro-Länder haben zur Lösung der Euro-Krise den Vertrag zum europäischen Stabilitätsmechanismus ESM verabredet. Die Schulden- und Inflationsunion. Die Parlamente aller 17 Euro-Länder sollen der endgültigen Version des ESM zustimmen. Die Zukunft der EU soll auf ihn gebaut werden. Der ESM ist eine internationale Finanzinstitution. Das Kapital beträgt 700 Milliarden Euro. Deutschland trägt davon 27 Prozent oder 189 Milliarden. Der gesamte Bundeshaushalt 2012 306 Milliarden. 22 Milliarden hat Deutschland bar an den ESM zu bezahlen. Ausgaben für Bildung und Forschung 2012 13 Milliarden. Gesundheit 14 Milliarden. Der ESM hat einen Gouverneursrat und ein Direktorium. Der Gouverneursrat ist der Aufsichtsrat des ESM. Er kann das Kapital des ESM, 700 Milliarden, jederzeit und unbegrenzt erhöhen. Artikel 10. Und das von ihm erhöhte Kapital jederzeit bei den Euro-Ländern abrufen. Artikel 9. Der Gouverneursrat wird nicht vom Volk gewählt. Er besteht aus den Finanzministern der Euro-Länder. Der Gouverneursrat kann alle seine Befugnisse an das Direktorium übertragen. Artikel 5. Das Direktorium ist die Geschäftsführung des ESM. Die Direktoren werden nicht gewählt. Sie gehören keiner Regierung an. Sie werden von den Gouverneuren ernannt. Sie müssen keinem Parlament gegenüber Rechenschaft ablegen und genießen umfassende gerichtliche Immunität. Noch geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Wir wählen das Parlament und das entscheidet über unsere Steuern, den Haushalt. Das ist das Königsrecht des Parlaments. Das Herz der Demokratie. Und in der ESM-Praxis? Verfügt das Direktorium über den Haushalt. Im Eilfall kann das Direktorium in den deutschen Haushalt eingreifen und 167 Milliarden Euro abrufen. Zu zahlen in bar. Artikel 9. Sind wir dann noch souverän? Was kann ein Parlament ausrichten ohne Geld? Noch reicht das Volumen des ESM von 700 Milliarden, um alle Krisenländer zu retten. Angeblich. Und in der ESM-Praxis? Braucht Irland zur Rückzahlung auslaufender Kredite bis 2013 12 Milliarden, Portugal 33 Milliarden, Griechenland 86 Milliarden, Spanien 215 Milliarden, Frankreich 365 Milliarden und Italien 460 Milliarden. Und alle zusammen weitere 300 Milliarden für die laufenden Defizite. Noch darf die EZB kein Geld drucken für Staaten, zumindest theoretisch. Und in der ESM-Praxis? Druckt die EZB doch Geld für Staaten. Sie zahlt es nur nicht direkt an die Staaten aus, denn das ist ja verboten. Und für den ESM kann sie es nur drucken, wenn der ESM eine Bank wäre. Deshalb bekommt der ESM jetzt die Befugnisse einer Bank. Im Klartext, wenn der ESM Geld braucht, greift er entweder in den deutschen Haushalt oder er geht direkt zur EZB. Die druckt es, gibt es dem ESM und der verteilt es an die Krisenländer. Jederzeit, überall, unbegrenzt. Damit ist die Entwertung des Geldes, der Einkommen, der Sparvermögen, die Inflation unausweichlich. Was das heißt? Eine neue Behörde regiert von nicht gewählten Direktoren, die jederzeit in unseren Haushalt eingreifen können, um das Fass ohne Boden zu füllen. Mit der Lizenz zum Gelddrucken. Wollen Sie diese Schulden- und Inflationsunion? Wollen Sie die EU-Zentralregierung durch das Direktorium? Wollen Sie das Ende der parlamentarischen Haushaltssouveränität? Wollen Sie diesen ESM-Vertrag? Wenn Sie das nicht wollen, sagen Sie das Ihrem Abgeordneten über www.abgeordnetencheck.de Wollen Sie das egalite? Wollen Sie das 옆 Chris und H виha in Jesus? Wollen Sie das nicht wollen, was Sie? Wollen Sie diese den Weg? Untertitelung des ZDF, 2020